Jo Freunde, was geht ab? Weißwurst am Start und heute mit einem neuen geilen Video auf diesen Kanal, Freunde. Heute wieder ein Omaegle-Video. Wie lange kam kein Omaegle-Video mehr? Gönnt euch auf jeden Fall. Mega krass geworden. Die Leute, die ich einfach getroffen habe, absolut in Rage Allah. Gönnt euch. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Ich würde damit sagen, wir sehen uns jetzt im Video, Alter. Was machst du hier auf Omaegle? Langweilen und solche Spastis. Wie der davor beleidigen kann. Äh, die meinst, äh, die Leute, die keine Klamotten kennen? Ja. Ist das okay für dich, wenn das auf YouTube ist? Ja, klar. Willst du, willst du jemanden grüßen? Ähm, ja, ich grüße... HALF STOP! Jetzt reicht es! Hallo, hallo, hallo! HALF STOP! Pisser! Äh... Ja, da hab ich endlich mal einen Schleifenmensch gesehen, der nicht sehr schwammt... Was du sagst zu mir, Pisser? Was ist ein Untermensch? Was? Ich bin Untermensch? Das ist ja echt ein Kotzreißer normal. Nicht so frech. Eigentlich gibt's noch Wann, pass auf. Kannst du mich überhaupt hören? Hallo! Ah, jetzt. Ich hab was gehört. Fressest du, Lachstumann? Wer hat dich denn verarscht? Ja. Ein Hurensohn, Alter. Was ein Hurensohn. Was ist mit der Kindheit passiert, Dicker? Freunde, wir reden jetzt mal mit der Leiselstimme. Ja, du. Mach mal rein hier dieses Dings. Ja, mach mal rein, Dicker. Mach mal rein, Dicker. Achso, gut. Du kannst mich hören. Du kannst mich hören. Alles gut, Bate? Alles gut, Bate. Das freut mich natürlich. Sehr gut. Ich kann dich hören. Red mal ins Mikro. Hallo? Ja, jetzt. Jetzt ist's top. Jetzt kann ich dich hören. Ja. Was ist das? Äh, das ist so ein Boxing. Eigentlich tun ja, aber heute nicht, Bruder. Das geht nicht. Hm. Ich hab's nicht gehört. Nee, ich hab heute keinen Bock, Dicker. Ich will heute nicht fixen. Ist mal so anstrengend für den Bizeps. Was? Ja, du lachst? Das ist mein Ernst? Aber du bist doch ein Typ, oder nicht? Zeig mal was. Digga, hier ist mein Handy. Hier ist ein schöner Eis-Tier, der ist fast leer. Das ist voll RIP, Dicker. Ich bin ein Mensch. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ja, ich hab's nicht gehört. Ja, okay, meine Damen und Herren, das ist ein Gentleman. Jetzt ist Rassen aus. Was geht? Ja, ist der tausend Traum auch keiner mit Tauben wie dieser? Du wirst... Spaß. Mach mal weiter, Decker, das kommt auf YouTube. Okay, warte, warte. Ja. Ja. Okay. Ja. Es tut mir gut, wenn ich jetzt bei dir bin. Baby, ja, du weißt, wir beide sind ein Paar schon seit Ewigkeiten. Weißt du, was ich mein? Ich will gar nicht mit dir streiten. Du bist meine Sonne, das alles, Baby. Ja, du weißt ja, ich falle es gar nicht. Was dir weh tut und was ich dauernd mach, denn du weißt ja, ich fick mich durch die Nacht. Was schafft. Nein, Spaß. Halt, halt, halt. Okay, das reicht. Bruce, was sagst du? Pass auf, ich nehme einfach den Beat, den ich jetzt hier hatte. Pass auf. Komm, schreib Wörter. Ja. Ja. Okay. Ich hör den Beat und die Wurst. Ich hab Hunger, keine Ahnung, ich hab Durst. Hintz, Max. Keine Ahnung, ich bin so der Typ, denn ich hab wieder meine Standard-Skills. Wieder dabei im Fallstudio, denn ich weiß, du bist nice. Ah, ich hab das Block, bitte egal, denn ja, ich hab meine Rollenspiele. Du Rollplay, GTA. Ja, ich sag. Ja, richtig dicker. Ich bin jeder Fries der Texte, Rapper, Gagse. Ich habe die Lines, wird egal, was du meinst. Dein Pulli rot, denn du weißt, was ich mein. Und immer wieder, wenn ich meine Likes hab, bin ich hier der Beste, Digga. Nein, du bist so light, come. Rapper King ist der Geilste auf der Stube. Ich bin gar nicht King, ich bin Lisa Polen. Ha, weil ich so rappt, sag ich dir. Mein Großmier beim Mikro ist so genau hier, ha. Keine Ahnung, ich hab wieder mal die Parts. Wird egal, denn, weil ich sag, Digga. Nein, du bist ein Star. Ich sag Weißwurst. So, genau dich hab ich gesucht. Was sollte das gestern Abend? Ja, du weißt doch ganz genau Bescheid, mein Freund. Doch, genau du warst das. Ja, da brauchst du jetzt gar nicht schreiben. Du kannst dich direkt jetzt entschuldigen. Es geht nicht, was du gemacht hast. Nee. Nee, 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 nee. So war das nicht. Was, dieser Zahnstocher, Bruder? Du warst das. Ich hab nen Burger gefressen, mir hing was zwischen den Zähnen. Und hab ich dich, Zahnstocher, dazu benutzt, das rauszupolen. Bruder, so war das. Und deswegen hast du auch die Fresse poliert. Oh, ist gut. Alles tut bei dir. Woher Tänzer ist? Bruder, ich hab mit ja in der Karte geflogen. Ja, ich hab mit dem Abonnenten rausgelegt. Ich hab mit dem Abonnenten auch ein Abo verletzt. Oh. Weiße. zu den 10.000 Abonnenten aller, heftig, beste Community, ihr wisst Bescheid, ich bin raus.